hallo und herzlich willkommen bei shadow of the tomb raider so das ist die kraft edition deswegen kann ich ja ein bisschen früher spielen da musste natürlich auch warten bis es freigeschalten war und ja 18 uhr heute wurde es freigeschalten ich musste bis 22 arbeiten aber was soll es jetzt immer auf jeden fall dabei ich möchte euch nur noch kurz kurz erklärung geben also wird ein kurzes einführungsvideo und bei der kraft edition ist ja schon das season pass und alles mit dabei ja also das haben wir auf jeden fall müsste das ja auch mit drin sein wenn das demnächst kommt es ist auf jeden fall auch mit drin und ja wir spielen normal und ich wünsche euch in diesem netzplay viel vergnügen wir werden wieder rätsel machen wir werden wieder ja wenn ich die kleine wild katze hier sehe können wir mal streicheln hier über kopf seht ihr hier hat sogar so ein kranz hier wenn ihr hier oben seht so richtig schön kranz hier oben das ist farbe ja die hat sich angemalt um zu tun ok freunde ich wünsche euch viel spaß und mit diesem netzplay ich hoffe ihr habt genauso viel freude wie ich auch und dann kümmer auf jeden fall starten wie gesagt ist nur ein kurzes einführung video das ist wieder mit null 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 gekennzeichnet und wird auch nur zwei minuten länger haben so circa ja und ich wünsche euch viel spaß hatte ich das schon gesagt ja hatte ich schon und wir spielen normal ok freunde dann viel spaß gleich mit der ersten folge macht's gut